Hallo liebe Freunde der Anarchie, in dem heutigen Video soll es noch so ein bisschen um die Corona-Aufarbeitung gehen, um die Doppelmoral der Menschen, egal ob auf der linken oder rechten Seite des politischen Spektrums und um verschiedene andere Dinge, die mir im Laufe der letzten Monate noch so aufgefallen sind. Es ist noch keine Woche her, da bin ich mal wieder draußen rumgelaufen, zu einem schönen Aussichtspunkt, wo so eine hölzerne Bank steht, auf der wollte ich mich eigentlich niederlassen und mich ein bisschen besaufen, wie man das als Dichter und Denker eben so macht, und da habe ich plötzlich feststellen müssen, dass dort überall Müll rumlag, Chipspackungen, Zigarettenschachteln und so weiter. Ab und zu treffen sich da halt auch am Wochenende mal gern ein paar Jugendliche. Keine Ahnung, ob es dieselben Jugendlichen sind, die Freitagvormittags immer so um die Umwelt besorgt sind, jedenfalls hat mich das ziemlich angekotzt, dass diese wohlstandsverblöteten Indigo-Kinder meinen schönen Aussichtspunkt zugemüllt haben. Und da dachte ich mir, weil ich ja so ein unverbesserlicher Weltverbesserer bin, mache ich mir halt mal die Finger schmutzig und entsorge den Dreck selber. Also habe ich das Zeug genommen und nach dem nächsten Mülleimer gesucht, nur da war keiner. Okay, dachte ich, weiter drüben ist ja noch eine Bank und ein kleiner Parkplatz, da wird auf jeden Fall ein Mülleimer stehen. Also habe ich den ganzen Müll mitgenommen und bin weiter zur nächsten Bank gelaufen. Aber wieder war weit und breit kein Mülleimer in Sicht. Dabei hätte ich schwören können, dass früher, als ich noch jünger war, an jeder Bank auf den Wanderwegen auch immer Mülleimer standen. Heute stellen sie lieber teure Hundekot-Beutelstationen auf, damit die Leute ihre Hundescheiße in Plastikfolie verpacken können, als ob in den Ozeanen dieser Welt nicht schon genug Plastik herumschwimmen würde. Und was machen viele Hundebesitzer dann, wenn weit und breit kein Mülleimer in Sicht ist? Richtig, sie werfen die Scheißebeutel aus Plastik mitsamt Inhalt irgendwo ins Gebüsch. Super. Da freut sich die Umwelt aber, dass die dreckige Hundescheiße jetzt so gut verpackt ist, dass sie das schöne grüne Gras nicht mehr verschmutzen kann. Überhaupt frage ich mich, wieso Hundescheiße, die ja meistens am Wegrand platziert wird und nicht irgendwo mitten im Feld, plötzlich so ein Problem für die Gesundheit der Kühe sein soll, wenn das davor jahrhundertelang nie eine Kuh gestört hat. Aber so ist es eben. Jahrhundertelang ist es das Normalste auf der Welt, dass Tiere halt einfach dahin kacken, wo sie gerade stehen. Dann kommt irgendein besorgter, ordnungsliebender Mensch daher und ruft, das gehört verboten, dass die Hunde einfach so dahin kacken dürfen, das ist ja ungesund und nicht normal. Und zack, keine zehn Jahre später ist ganz Deutschland zugekleistert mit Kackverbotsschildern. Aber ich schweife vom Thema ab. Was ich euch mit dieser kleinen Anekdote eigentlich nur sagen wollte, früher gab's Mülleimer. Viele große Mülleimer. Heute werden immer mehr davon abgebaut mit der Begründung, dass da sonst zu viel Müll drin liegt. Und dass das für die Müllabfuhr oder die Gemeindemitarbeiter zu viel Aufwand wäre, da extra überall hinzufahren und die zu leeren. Und da ist mir aufgefallen. Hey, das ist ja ein Muster, das sich durch die kompletten letzten Jahrzehnte zieht. Da könnte ich eigentlich mal ein Video dazu machen. Man hat die Bahn privatisiert, die bis dahin immer pünktlich war, mit der Begründung, Wettbewerb, bla bla, zu viele Kosten, geht nicht anders. Man hat die Post privatisiert mit der Begründung, zu viele Kosten, bla bla, geht nicht anders, müssen konkurrenzfähig bleiben. Man hat Krankenhäuser privatisiert. Klar, muss ja sein, ist sonst viel zu viel Aufwand, lohnt sich nicht, bla bla. Man hat die Sozialhilfe abgeschafft und Hartz IV eingeführt mit der Begründung, geht ja nicht anders, gibt zu viele Gammler, die man zur Arbeit zwingen muss, sonst wird bald gar niemand mehr arbeiten wollen. Selbst im Urlaub findest du, egal ob du mit dem Wohnmobil unterwegs bist oder zelten willst, kaum noch Plätze, auf denen du übernachten darfst. Immer mit der Begründung, das ist zu viel Aufwand, die zu reinigen, das können wir uns nicht leisten, die Camper hinterlassen zu viel Müll. Auch wenn es jahrzehntelang bestens funktioniert hat. Plötzlich soll es von einem Jahr auf das andere nicht mehr möglich sein, ein paar ganz grundlegende Infrastrukturangebote aufrechtzuerhalten. Immer mit der Begründung, dass der Staat ja kein Geld hat und chronisch pleite ist. Aber dann kommt plötzlich eine schlimme Krise daher und auf einmal werden die Milliarden oder Billionen nur so über den Köpfen von Industrie und Handel ausgeschüttet. Hier noch ein paar Milliarden, damit ihr über den harten Winter kommt. Und nochmal ein paar Milliarden, damit ihr eure Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken könnt. Also auf gut Deutsch, dass die fürs Nichtstun bezahlt werden, um die Arbeitslosenstatistik zu schönen. Also anscheinend ist ja doch noch genug Geld vorhanden, wenn es hart auf hart kommt. So schlimm kann die finanzielle Notlage des Staates nie gewesen sein. Das erleben wir jetzt bei Corona ganz massiv. Und wir haben es auch schon vor einigen Jahren bei der Flüchtlingskrise erlebt. Ganz ehrlich Leute, ich bin so weit davon entfernt, rechts zu sein, wie man es nur sein kann. Aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass sich viele Menschen in der Flüchtlingskrise ziemlich verarscht gefühlt haben. Weil es einfach Verarsche ist, wenn dir jahrzehntelang eingetrichtert wird, der Staat hat kein Geld für dich, der Staat muss sparen und dann lässt man zu Hunderttausenden Fremde ins Land und hat anscheinend auch noch genug Geld, um die zu bewirten und irgendwo unterzubringen. Kein Verständnis habe ich hingegen für diesen primitiven Rassismus, der dann bei vielen Wutbürgern zutage getreten ist. So nach dem Motto, die sind ja alle gleich, die wollen nur unsere Frauen vergewaltigen und alle Ungläubigen abmassakrieren. Ich meine, hallo, wir leben im 21. Jahrhundert und es ist so viel geschrieben worden von klugen Künstlern und Philosophen über Toleranz, über das Menschsein und über es über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Das sollte man eigentlich mittlerweile auch von den rechten Zeitgenossen erwarten können, da sie andere Menschen nicht gleich anhand von deren Herkunft in irgendwelche vorgefertigten Schubladen stecken, sondern jeden Menschen erstmal als Individuum wahrnehmen und schauen, wie ist der so drauf und was sind seine Ansichten, bevor man ein Urteil über ihn fällt. Also wie gesagt, so platten, ewig gestrigen Rassismus kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber dass viele Menschen angepisst sind von der Politik der Regierung, dafür habe ich vollstes Verständnis. Weil die Leute eben auch merken, wie seit Jahren alles immer beschissener und lebensfeindlicher wird in diesem Land. Wie wir immer mehr eingeschränkt sind, immer mehr Verbote und immer mehr Reglementierungen zu erdulden haben und alles immer teurer wird. Und die Rechten waren dann eben zur Stelle und haben die Unzufriedenen bereitwillig in ihren Reihen willkommen geheißen. Während die Linken den Unzufriedenen nur so eine Scheiße zugerufen haben wie, ey ihr seid weiß und männlich, ihr habt überhaupt keinen Grund unzufrieden zu sein, denn ihr gehört zu den Privilegierten der Gesellschaft. Helft uns erstmal die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer zu retten, bevor ihr rumjammert. Liebe linke Gutmenschen, liebe Antifa, auf diese Weise schafft man sich keine Verbündeten. Auf diese Weise schießt man sich nur selbst ins Abseits und in die völlige gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit. Aber dass die politische Linke komplett versagt hat, dass ihre Kommunikationsstrategie von vorgestern ist und dass sie es nicht geschafft hat, das Internet auch nur halb so clever zur Mitgliederanwerbung zu nutzen, wie es die rechten taten, das ist ein anderes Thema, das ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen möchte. Wobei, sie haben es ja schon wieder getan. Nicht nur in der Flüchtlingskrise, auch jetzt zu Corona-Zeiten. Da haben die meisten Linken wieder bedingungslos zur Regierung der bürgerlichen Mitte gehalten und haben lieber gegen rassistische Cops in den USA demonstriert, als gegen die staatlichen Zwangsmaßnahmen vor der eigenen Haustür, die uns alle betreffen. Wie ich schon in einem früheren Video erwähnt habe, halte ich eigentlich nicht viel von der Einteilung in links oder rechts, hab mich selber aber im Zweifelsfall früher schon eher dem linken Lager zugeordnet. Einfach weil ich gegen Kapitalismus bin, weil ich autoritäre staatliche Zwangsmaßnahmen ablehne und weil ich mich als weltoffenen Weltbürger sehe und nicht als Mitglied irgendeines engstirnigen, inzestbetreibenden Volksstammes. Und ich dachte halt, das wäre so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die meisten im linken Lager auch einigen können. Aber wenn ich dann sehe, wie ein Großteil der Linken auf die Corona-Maßnahmen reagiert hat, wie sie ihre Köpfe in den Sand gesteckt haben angesichts von Polizeikolonnen, die durch die Parkanlagen gezogen sind und jeden Bürger, der sich dort versammelt hat, vertrieben haben, wie in einer Militärdiktatur. Und wenn ich dann sehe, wie manche Linken teilweise sogar noch versucht haben, Demonstrationen gegen die staatlichen Zwangsmaßnahmen zu verhindern oder zu sabotieren, weil da halt auch ein paar Leute vom rechten Rand mitgelaufen sind. Ich weiß nicht, Leute, das hat in mir schon ein paar Zweifel geweckt, ob wir wirklich so einen großen gemeinsamen Nenner haben, diese Linken und ich. Sind die Linken von heute überhaupt noch vergleichbar mit denen von früher? Ist das noch dieselbe Spezies? Also wenn ich mir so alte Aufnahmen anschaue oder Pamphlete durchlese von den 68ern oder der Anti-AKW-Bewegung, da ging es eigentlich mehr so darum, dass die Mächtigen an der Spitze weg müssen, dass man das Militär entwaffnen muss und dass danach schon alles gut werden wird, wenn man erstmal freie Liebe praktizieren darf und die Menschen endlich aus der Tretmühle des Kapitalismus rauskommen und wieder zu sich selbst finden können. Und bis es soweit ist, raucht man erstmal gemütlich zusammen einen Joint. So in der Art haben die damals gedacht und damit konnte ich mich auch immer ganz gut identifizieren. Aber irgendwann im Lauf der Jahre hat sich dann wohl auch bei den Linken rumgesprochen, dass staatliche Zwangsmaßnahmen Polizei und Militär eigentlich ganz praktisch sind, wenn man sie nur erstmal selber unter Kontrolle hat und für seine eigenen Zwecke einsetzen kann. Und seither höre ich von vielen Linken nur noch, wir müssen dieses und jenes verbieten. Menschen sind unvernünftige Idioten, die man notfalls mit Gewalt zur Toleranz, Umweltschutz und Solidarität zwingen muss, sonst kapieren diese dummen Tiere es nicht. Wobei die Denkweise, dass Menschen unvernünftige Tiere sind, die man durch Gesetze und staatliche Zwangsmaßnahmen zu ihrem Glück zwingen muss, weil sonst überall Chaos ausbrechen würde, ja ursprünglich eher in den rechten und konservativen Gehirnen verwurzelt war. Der ganze Staatsgedanke, wie ihn etwa vor fast 500 Jahren der Philosoph Thomas Hobbes geprägt hat, ist ja im Grunde auf diesem negativen Menschenbild aufgebaut. Das Menschenbild der Linken früher war dagegen mehr so ein positives, dass man die Menschen bloß von autoritären Zwängen und der Knechtschaft befreien muss und dann wird auch der wahre, positive Kern des Menschen zum Vorschein kommen. Aber mittlerweile hat sich das Menschenbild der Mainstream-Linken schon ziemlich dem der konservativen Autoritätsbefürworter angenähert. Über die Legalisierung von Cannabis etwa redet trotz jahrelanger Regierungsbeteiligung linker Parteien inzwischen so gut wie niemand mehr. Ganz zu schweigen davon, dass in den 80ern noch offen über die Legalisierung von ganz anderen Dingen debattiert worden ist, an die du heute nicht mal mehr laut denken darfst, wenn du nicht sofort auf dem Scheiterhaufen der Moralisten landen willst. Aber wenn es um neue Verbote geht, irgendwas zu verbieten, was bisher noch erlaubt war, dann sind die heutigen Linken und Grünen immer ziemlich vorne mit dabei. Und daher sind sie jetzt in Zeiten der Krise eben auch nicht gegen staatliche Zwangsmaßnahmen aufgestanden, sondern haben stattdessen ihr Lieblingsgeschlechtsorgan, den erhobenen Zeigefinger hervorgekramt und Moralpredigten gehalten, um den Demonstranten vorzuschreiben, mit wem sie zu demonstrieren haben und mit wem nicht. Weil da auf den Demos ja angeblich ganz viele böse Nazis mitgelaufen sind und weil das ja so furchtbar schlimm ist, dass die dort auch andere Menschen treffen und gar mit denen ins Gespräch kommen könnten. Oh mein Gott, die werden alle Corona-Demonstranten beißen und zu Nazi-Zombies machen! Okay, zugegeben, auf den Anti-Lockdown-Demos, die ich so mitbekommen habe, waren schon auch einige suspekte rechte Gestalten dabei. So Leute wie dieser Attila Hildmann etwa, die einen solchen Schwachsinn von sich geben, dass man sich echt fragt, was bei denen in der Kindheit schiefgelaufen ist. Aber ich sah dort auch genug harmlose Esoteriker, liberal eingestellte Künstler, freigeistige Unternehmer, Anarchisten, Freaks. Einfach ein bunter Haufen von Individualisten. So wie es ja auch sein sollte in der Gesellschaft. Weniger langweilige Normalos und mehr ausgeflippte Spinner. Und den eigentlichen Skandal finde ich nicht, dass da auch ein paar versponnene Reichsbürger mitmarschiert sind. Nein, der eigentliche Skandal für mich ist, dass ein ganz großer Teil der bürgerlichen Mitte und der grünen Mainstream-Linken scheinbar kein Problem damit hat, wenn man ihnen plötzlich ihre Grundrechte und Reisefreiheit wegnimmt. Da hieß es etwa plötzlich in Mecklenburg-Vorpommern, dass Besucher aus anderen Bundesländern einfach nicht mehr ins Land dürfen. Und wenn dann nur mit vorheriger Registrierung. Wie in der DDR, nö. Das ist doch eigentlich die pure Fremdenfeindlichkeit. Kein bisschen anders, als wenn ich sagen würde, Menschen aus der Türkei oder aus Afrika dürfen nicht mehr ins Land, weil die schlimme Krankheiten übertragen können. Das würde natürlich keiner gut finden. Da würden sie alle sofort demonstrieren gehen, die ganzen Gutmenschen. Aber zu sagen, du kommst aus Stuttgart oder aus Gütersloh, dich wollen wir hier nicht bei uns am Strand sehen, sonst gibt's ein saftiges Bußgeld, das ist anscheinend okay. Sowas habe ich früher nie für möglich gehalten, dass sowas mal möglich sein könnte in Deutschland. Und dass es dagegen dann auch noch so gut wie kein Widerstand in der Bevölkerung gibt. Das ist doch der eigentliche Skandal der Corona-Krise. Dass es noch nicht mal eine richtige demokratische Diskussion über die Maßnahmen gegeben hat, sondern dass einfach nur massiv Angst erzeugt wurde von den Medien und dann haben die Politiker aller Parteien plötzlich nur noch darüber geredet, was man alles als nächstes verbieten muss. Alle wollten sich gegenseitig übertrumpfen in ihren Verbotsfantasien. Und jeder, der anderer Meinung war, weil ihm Freiheit vielleicht wichtiger ist als der trügerische Schein von Sicherheit, die's eh nicht gibt, oder weil er einfach ein anderes Risiko empfinden hat als der durchschnittliche Tagesschau-Zuschauer, wurde mundtot gemacht oder ausgelacht. Es ist schon teilweise krass, wie viel Häme und Bösartigkeit in manchen Zeitungsartikeln oder Diskussionen im Internet versprüht wurde. Da wird regelrecht gejubelt, wenn in Schweden die Sterberate steigt. Und Gegner der Maskenpflicht wird schon mal, und das habe ich jetzt schon öfters gelesen, gleich Tod und Teufel an den Hals gewünscht. So Kommentare wie, ich wünsch dir, dass du Corona kriegst. Oder ich wünsch dir, dass dein Opa als nächstes stirbt. Ich meine, was ist das denn bitteschön für ein Sozialverhalten? Ich geh doch auch nicht zu Menschen hin, die an Jesus glauben und wünsch denen, dass ihre Kinder vom Dorfpfarrer in den Arsch gefickt werden. Das ist einfach unanständig. Und ich frage mich, wo kommt nur dieses ganze Gift her? Dieser geradezu religiöse Fanatismus und Bekehrungseifer. Natürlich auch auf der Gegenseite. Aber ich vermute mal, sowas kommt einfach dabei raus, wenn man mit den Ängsten der Menschen Politik macht und die Bürger in einen ständigen Alarmzustand versetzt. Am Ende gehen alle aufeinander los und die Regierenden lachen sich ins Fäustchen, weil sie mal wieder vier Jahre an der Macht überstanden haben, ohne dass sie jemand zur Rechenschaft gezogen hätte. Jedenfalls hat mich diese Fanatisierung der Öffentlichkeit und diese unreflektierte Akzeptanz von freiheitseinschränkenden Maßnahmen schon ein wenig schockiert, wenn ich ehrlich bin. Und dadurch bin ich auch ordentlich ins Grübeln gekommen, wen man überhaupt noch als Verbündeten bezeichnen kann in diesen seltsamen Zeiten. Aber keine Sorge, nur weil ich die Linken kritisiere, heißt das natürlich nicht, dass ich die Rechten jetzt deshalb sympathischer finden würde als zuvor. Die sind auf ihre Weise ja mindestens genauso bescheuert, was dieses ständige Geschrei nach noch mehr Überwachung und staatlichen Zwangsmaßnahmen angeht. Da sind ja beispielsweise neulich in meiner Provinzhauptstadt Stuttgart einige Scheiben zu Bruch gegangen und ein paar Kops verprügelt worden. Tja, sowas passiert eben, wenn man den perspektivlosen asozialen Jugendlichen die Kneipen und Shisha-Bars dichtmacht und ihnen dann auch noch den Fußball wegnimmt. Und das ist doch exakt das, was ich schon im März in meinem Video prophezeit habe. Und dass da einiges an Gewaltpotenzial zum Vorschein kommen wird, wenn du den Menschen die letzten paar Freuden in ihrem erbärmlichen Leben auch noch wegnimmst. Das wäre doch eigentlich jetzt für die Rechten und auch für die Bild-Zeitung eine richtig gelungene Steilvorlage gewesen, um der Öffentlichkeit zu sagen, seht her, genau das passiert, wenn man Bürgern ihre Freiheit nimmt. Dann drehen die irgendwann alle durch. Da könnt ihr euch jetzt bei Dr. Droste und der Regierung bedanken. Aber was machen diese rechten Vollidioten stattdessen? Haben wieder nichts Besseres zu tun, als über die bösen Migranten abzulästern, nach mehr Polizei in den Innenstädten zu schreien und ein hartes Durchgreifen gegen jeden zu fordern, der die Regeln und Gesetze des Staates nicht akzeptiert. Und da frage ich mich echt, wie kann man so hirnverbrannt doof sein? Gerade eben noch demonstrieren gegen staatliche Zwangsmaßnahmen, Freiheitseinschränkungen und Behördenwillkür und im nächsten Moment dann wieder nach einem starken Staat rufen, nach mehr Überwachungskameras, mehr Ordnungshütern und am besten gleich noch nach einem neuen Führer, der den ganzen Abschaum von der Straße fegt, damit wieder Recht und Ordnung herrscht. Oh mein Gott, Leute, merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Ihr hattet in den letzten Monaten so viel Recht und Ordnung wie vermutlich noch nie zuvor in eurem Leben. Es gab weniger Kriminalität, vor jedem Supermarkt standen Aufpasser und jeder wurde an jeder Ecke kontrolliert. Das hat euch aber ja scheinbar auch nicht gepasst. Also was wollt ihr jetzt eigentlich? Polizeistaat oder Freiheit? Entscheidet euch mal und eiert nicht immer rum zwischen, der Staat nimmt mir meine Meinungsfreiheit und Bürgerrechte und überall Klimaschützer, Terroristen und Sozialschmarotzer, die haben keine Meinungsfreiheit und keine Bürgerrechte verdient. Herrgott im Himmel, lass es Hirn regnen oder meinetwegen auch Hundescheiße in Plastikbeuteln. Es ist nicht mehr zum Ertragen in dieser Gesellschaft. Ich sehe nur noch inkonsequente, nicht zu Ende gedachte Idiotenideologien auf allen Seiten. Bei den Linken, bei den Rechten und bei der bürgerlichen Mitte sowieso. Ich glaube, ich suche mir jetzt den nächsten freien Mülleimer, falls ich irgendwo noch einen finden sollte und da lege ich mich dann rein und ziehe mir eine leere Chipspackung über den Kopf, damit ich das alles nicht mehr mit anschauen muss. Immer dieses spießige Moralgesiere. Früher in den 50ern haben die Spießer gesagt, du darfst als Mann keine langen Haare haben oder keinen Rock'n'Roll hören, das ist unanständig, das tut man nicht. Und du darfst keine Kinder kriegen, bevor du verheiratet bist. Oder mit einem Neger zusammen sein, das ist pfui pfui, das ist ganz schlimm, da wirst du ausgeschlossen aus der Dorfgemeinschaft. Heute darfst du das Wort Neger nicht mal mehr benutzen. Wenn du in der Öffentlichkeit einen falschen Witz machst, wirst du ausgegrenzt und so lange fertig gemacht, bis du reuevoll Buße tust und dich entschuldigst. Wenn du dich als weiser schwarz anmalst, bist du ein ganz schlimmer Rassist, das ist pfui pfui, das ist ganz schlimm, fast so schlimm wie eigenhändig eine Tabakplantage mit schwarzen Negersklaven zu besitzen. Selbst J.K. Rowling, die Schöpferin von Harry Potter, die ich eigentlich für eine recht tolerante und freigeistige Person halte, wurde übelst angefeindet, weil sie es gewagt hat, eine eigentlich völlig harmlose Aussage über die Auswüchse des Political Correctness-Wahns zu machen. Und prompt hat man ihr unterstellt, sie würde dadurch das Lebensrecht von Transsexuellen anzweifeln. Echt, Leute, das ist gerade eine ganz üble Hexenjagd und Progromstimmung da draußen. Die linken Gutmenschen und Social Justice Warriors wollen einem alles verbieten, was irgendwie ihre Gefühle verletzt oder theoretisch die Gefühle von anderen Menschen verletzen könnte. Der Mainstream aus der Mitte will eh schon seit jeher alles verbieten, was irgendwie unsittlich gesundheits- oder jugendgefährdend ist und die öffentliche Ordnung stört. Und die angeblich so freiheitsliebenden Rechten, die machen einen Shitstorm, wenn in einem Videospiel mal eine lesbische Heldin vorkommt, weil das ja angeblich schlimme Indoktrinierung ist, während die große Überzahl an heterosexuellen Helden in Filmen und Videospielen komischerweise keine Indoktrinierung ist, sondern etwas ganz Natürliches. In irgendwelchen anderen Ländern giltst du schon als pervers, wenn du es wagst, jemanden vom gleichen Geschlecht zu küssen. Da wirst du gleich verprügelt oder Schlimmeres. Und manche vom rechten Rand würden das wahrscheinlich am liebsten auch hierzulande wieder praktizieren, wenn man sie gewähren ließe. Und bei der Gelegenheit am besten gleich auch alle Punks, Drogenabhängige, Dealer und verdächtige Pädophile am nächsten Baum aufknüpfen und Frauen, die ein Kopftuch tragen, sowieso gleich aus dem Land schmeißen. Also, was ich sagen will, die Rechten sind da kein bisschen besser als die Linken oder die Leute aus der Mitte. Das ist ja das Schlimme, dass man von allen Seiten des politischen Spektrums nur noch von Leuten zugeschwalt wird, was du alles nicht machen darfst, was alles unmoralisch ist und wie du dich zu verhalten hast und was dir droht, wenn du dich anders verhältst und bla bla bla. Und solange das so ist, solange wird es auch nie Frieden geben können in der Gesellschaft, weil es immer eine Gruppe geben wird, die gerade an der Macht ist, um ihre eigenen Moralvorstellungen durchzupeitschen und andere gesellschaftliche Gruppen, die dann dagegen rebellieren, um selber an die Macht zu kommen und dann den anderen vorschreiben zu können, wie sie zu leben haben. Ich sehe eigentlich nur noch eine klitzekleine Chance, aus diesem Schlamassel jemals wieder herauszukommen. Und die lautet Leben und Leben lassen. Wir bräuchten eine neue Bewegung, die sich Leben und Leben lassen auf die Fahnen geschrieben hat und nichts anderes. Und diese Bewegung müsste größer werden als die Umweltschutzbewegung, als die Identitäre Bewegung, als die Political-Correctness-Bewegung oder die Anti-Diesel-Fahrverbote-Bewegung. Und natürlich auch größer als der gesellschaftliche Mainstream, der alles abnickt, was von oben kommt. Wenn die Menschheit das erreichen würde, dann würde ich vielleicht noch eine kleine Chance ersehen. So eine klitzeklitzekleine Chance, dass dieser Planet irgendwann einmal von toleranteren, freigeistigeren und intelligenteren Wesen bewohnt wird. Andernfalls sehe ich richtig schwarz für die Zukunft. Dann werden die uns irgendwann wirklich noch Mikrochips ins Gehirn implantieren und je nachdem, welche politische Fraktion gerade an der Macht ist, wird der Chip dann entweder dafür sorgen, dass wir keine bösen Worte wie Zigeuner oder Fotze mehr aussprechen können oder dass unsere Erinnerungen an das Dritte Reich und den Holocaust ausgelöscht werden. Weiß nicht, was da besser ist. Ich glaube, ich will nix von alledem. Und deshalb werde ich als freigeistiger Künstler auch weiterhin meine Stimme erheben. Gegen die neue Spießigkeit. Gegen die Linken. Gegen die Rechten. Gegen alle, die glauben, Freiheit ist nur so ein überflüssiges Luxusgut wie ein Sportwagen, auf den man zur Not auch mal für eine Weile verzichten kann, wenn es einem höheren Zweck dient. Achso, und wer noch einen Beweis braucht, wie krank die Welt, in der wir leben, wirklich ist, habt ihr gewusst, dass es in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit ist, irgendwo im Wald an einen Baum zu pinkeln oder auch daneben? Ich hab das zunächst für einen schlechten Witz gehalten. Aber stimmt wirklich. Das steht in irgend so einer deutschen Kackverordnung. Du darfst in Deutschland nicht mal in der freien, menschenleeren Natur deinen Notdurft verrichten. Theoretisch wird dann gleich ein fettes Bußgeld fällig, wenn dich ein Uniformierter dabei erwischt. Und da hab ich mir gedacht, meine Güte, wir brauchen da eigentlich gar nicht weiter über Maskenpflicht, Impfzwang oder ähnliche Dinge diskutieren. In einer Kultur, in der dir sogar verboten ist, der natürlichsten Sache auf der ganzen Welt nachzugehen, in einer solchen Kultur existiert überhaupt kein echtes Freiheitsbewusstsein. Ich glaube, viele Menschen verstehen gar nicht, warum sich Gegner von Corona-Zwangsmaßnahmen an der staatlichen Bevormundung stören, weil die das gar nicht anders kennen, als dass Papa Staat sie wie kleine dumme Kinder behandelt. Weil das für die ganz normal ist, dass einem alles vorgekaut und vorgeschrieben wird. Und wenn wir daran wirklich etwas ändern wollen, dann müssen wir im Grunde erstmal eine völlig neue Kultur etablieren. Eine Kultur der Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, in der der Staat lediglich dafür da ist, um die Mülleimer zu leeren, die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen und meinetwegen noch, um irgendwelche gefährlichen Psychopathen und Mörder aus dem Verkehr zu ziehen. Aber nicht, um den Bürgern an jeder Ecke in ihr Leben reinzureden. Wie gesagt, leben und leben lassen, das müsste endlich mal in die Köpfe der Menschen einsickern. Dass wir nie eine richtige Hochkultur haben werden, solange der Staat die Menschen wie Idioten behandelt. Denn wer ständig wie ein Idiot behandelt wird, der wird früher oder später das Denken einstellen und dann wirklich ein Idiot sein. Das sieht man ja überall um uns herum, wie viele Idioten und Schwachköpfe es gibt. Und da sollte man vielleicht irgendwann mal ansetzen. Mal richtig hinterfragen, warum so viele Menschen zu Idioten geworden sind, anstatt diese Welt noch idiotensicherer zu gestalten und den Bürgern immer noch mehr und noch mehr Eigenverantwortung abzunehmen. Aber das ist so ein tiefsitzendes, grundsätzliches Problem, das werden wir heute nicht lösen können und morgen vermutlich auch nicht. Ich wollte es an dieser Stelle trotzdem noch einmal erwähnt haben. Weil es geht ja auch nicht nur um Corona-Zwangsmaßnahmen, sondern ganz generell. Darum, dass das Internet immer mehr zensiert wird, dass abweichende Meinungen überall verschwinden, dass sich der Staat unter dem Deckmantel der Kriminalitätsbekämpfung alles Mögliche erlauben darf. Letztlich geht es um die Frage, wie viel Freiheit sollte man opfern für etwas mehr Sicherheit. Und das sage ich ganz klar, kein Stück. Wer seine Freiheit aufgibt, ist schon gestorben, egal wie lange er danach noch lebt. Zu dem Thema wird es demnächst auch noch ein bisschen Musik geben. Neue böse Lieder der Anarchonauten sind in Vorbereitung. Die neue deutsche Anarchowelle ist definitiv auf dem Weg. Und es wird auch noch einen neuen Roman von mir geben, vielleicht noch in diesem Jahr, spätestens aber wohl 2021. Aktuelle Neuigkeiten dazu gibt's wie gewohnt in unserem Forum www.theunity.de. Bis dahin, liebe Grüße an alle, die noch mit mir sind. Bleibt gesund, lasst euch nicht verrückt machen von dieser verrückten Welt und lasst euch vor allem nicht das Kacken verbieten. Bis zum nächsten Mal, euer Dien. Irgendwie ist das alles nur noch ein einziger Albtraum. Ich glaub, ich leb noch immer in der DDR. Nur ohne Stasi, FDJ und Erich Honecker. Doch der Beton in den Köpfen überdauert. Auch noch Jahrzehnte nach dem. Ich glaub, ich leb noch immer in der DDR. Ich leb noch immer in der DDR. Nur ohne Erich Honecker und Bürgerrechtler haben wir auch keine mehr. Wozu auch Berlin? Ja, jetzt in der Demokratie, nicht wahr? Ich glaub, ich leb noch immer in der DDR. Nur ohne Stasi, FDJ und Erich Honecker. Doch der Beton in den Köpfen überdauert.